Herzlich Willkommen im Gaming Room von SmackBoom und wir haben was ganz besonderes vor. Wir werden nämlich Super Mario Brothers nicht auf der normalen Art und Weise spielen, sondern auf sehr unkonventionelle Weise, nämlich Split Joy-Cons. Der eine rennt, der andere springt. Jeder hat einen Joy-Con. Wir haben so eine Joy-Con Halterung hier. Da plöppen wir das Moped jetzt rein. Das heißt, ich bin der Läufer. Ich bin der Springer. Jörn ist der Springer und wenn wir eine Feuerblume, falls wir dazu kommen sollten, jemals eine Feuerblume zu ergattern, darf Jörn auch schießen. 1985 mal vollkommen anders. Willkommen in der Zukunft. Wir legen los. Drei Leben. Ob das reichen wird? Ich bin gespannt. Wir haben uns als Ziel gesetzt, die erste Welt zu schaffen. Warte, ich gehe jetzt einmal kurz hier hin. So. Warte. Ah! Jörn! In dir haben wir jetzt keine Feuerblume mehr. Spring. Spring. Da ist Bowser. Spring. Warte, spring jetzt nicht rum. Wir warten jetzt, wenn er... Boah. Spring mal. Warte, ich nehme jetzt Anlauf. Ich nehme jetzt Anlauf. Jetzt spring. Aber es war nur die erste Welt von Super Mario Brothers. Jetzt können wir eigentlich das komplette Spiel durchspielen, oder nicht? Also ich finde, dass wir eigentlich dafür schon Diplomen, wenn nicht sogar den Doktortitel verdient hätten. Also wenn, brauchen wir dafür bestimmt Hilfe. Meinst du? Kennen wir einen vielleicht? Hi. Na? Hi. Der Björn hier. Eigentlich können wir doch das ganze Spiel durchspielen. Das komplette Spiel Mario Brothers. Aber da bräuchten wir vielleicht Hilfe und da haben wir an dich gedacht. Du bist doch da genau der Richtige für. Ist das dein Ernst? Er ist dabei. Ich heiße nicht nur Fabian, sondern euch auch herzlich willkommen für diesen Video hier. Super Mario Bros. Das komplette Game Split Joy-Cons. Der eine springt. Der andere rennt. Und der ganz andere sitzt daneben und hofft, dass ihr es möglichst schnell schafft. Und für mentale Unterstützung ist hier auch noch mit dabei. Geht's los? Es geht los. Los geht's. Viel Erfolg. Wär schön. Aber war kein 5.000. Aber war egal. Okay. Soll ich mir langsam gefühlt führen. Ich gehe dann mal nach Hause. Ja. Und zu sehen. Auf durch. Ja. Okay. Zack. Oh. Warte, ey. Boah. First try. Oh, ich ist klar, dass das ist, wie mich zu verhüben. Wir rennen durch. Wir rennen durch. Okay. Wir rennen durch. Ja, wir sind ja. Prost. Ja, warte. Ja, warte. Wir fahren mal. Prost. Ah, ha, 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 ha. Sind da. Okay. Wir haben es eigentlich schon geschafft. Ja. Komm. Ja. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Also wenn Mario sich duckt, sieht ja aus, als ob er eine riesen Ladung in seine Latzhose reinpfeffern würde. Okay. Durch. Go. Bäm. 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 Jetzt. Jetzt. Ja. Und wir müssen durch rennen. Jetzt durch. Einfach durch. Einfach durch. Oh, nein. Bäm. Bäm, Alter, ey. Boah. Okay. Lass den mit seinen Hämmern machen. Lass den mit seinen Hämmern machen. Wir warten auf den Sprung. Wir warten auf den Sprung. Okay. Yes. Oh mein Gott. Leine Welt noch. Ich habe einen Vorschlag. Ähm. Geht einfach mal durch und schafft das jetzt. Was ist jetzt passiert, ey? Äh. Der Vorschlag wurde mit diesem Sprungseem abgedehnt. Aber genau dazwischen. Zu kurz gesprungen. Ja. Jetzt hier rein? Ne. Die nächste vielleicht? Ja. Ne. Dann die danach. Oder die danach. Ne. Ich glaube, die ist es nicht. Ne. Wie vielleicht? Ja. Ja. Es war gar nicht. Ich habe gesagt. Sehr gut. So. Ähm. Die machen wir echt ganz gut benutzen. Aber Pilze macht man nicht so gut. Ja. Stimmt. Echt krass. Jo. Jo. So. Und go. Ja. Passt. Boah. Das wäre jetzt auch gar nicht gewesen, wenn der Stern ist. Das hätte wehgetan. Das hätte wehgetan. Ne. Kommt mal mit. Ich fasse gut durch mit ihm. Der Sprung habt ihr echt drauf, muss ich sagen. Jo. Das war tatsächlich, als ihr mich gefragt habt, ob wir das ganze Ding machen wollen. Das war mal die größte Sorge. dieser Sprung. Ja. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Aber davon ab, dass deine größte Sorge war, der Sprung hat bisher jedes Mal. Das ist halt krass. Ich dachte halt, entweder einer von uns springt nicht weit genug, oder der andere stoppt irgendwie ab, weil er unsicher ist, ob das jetzt passt. So. So. Wieder. Einhören. Genau. So. Und lassen wir mal Kito einmachen. So. Jetzt. Go. Da ist nichts drin. Genau. Aber da ist das Leben. Nein. Nein. Noch mal zurück. Nicht so schnell. Ne, ne. Jetzt. Okay. Okay. Na, wir spielen mal lieber. Ja? Ja, doch. Melancholitis an. Ja, go. Den rechten Block nicht vergessen, Power-up. Okay. Na jetzt. Ab nach unten. So. Und dann darf die Kanone aufpassen. Und. Und jetzt. Und jetzt renn. da kann man rein oder lassen sehen kann ich nicht einfach und jetzt kommt wieder das wenn einfach sagen ich bin jetzt da kannst du nicht so hier kann man rein hier kann man sein auch wenn wir noch ein leben zusammen bekommen vielleicht noch eine feuerblume oder das ja halt wirklich und jetzt 75 münzen versuch trotzdem noch mal unter dem block da zu springen wie habe ich in erinnerung dass da manchmal etwas drin wäre so ich geh jetzt ja was fast fast obendrauf und ja ok obendrauf okay ich glaube wir sind relativ am ende soll ich durchlaufen ja wir sind am ende wartet pass auf mein gott was ist das denn das ist doch egal wir haben noch ein leben wir haben noch ein leben vom anfang das leben kommt jetzt immer immer von anfang aber das leben wir können uns jetzt immer das leben und münzen fahren wir haben noch 50 ja das stimmt und ich bin jetzt du willst und ich ja und jetzt das power ab jetzt um uns sehr gut sehr gut ach ey schildkröten und oben drüber da konnte man nicht rein und genau und jetzt kommt das eklige aber er ging auch ja da rein haben wir raus ging gleich noch ein leben so gut als ob sich noch alles zum guten wendet eine scheiß münze jetzt gleich noch eine verfickte münze ganz entspannt und los genau genau passt obendrauf wieder auf der oben drauf und dann sind wir eigentlich auch am ende oder jetzt kommt ja zuerst war wenn wir den drüber ja ich bin am ende ja ich auch da war so und drei und jetzt und warte 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 jetzt und jetzt und da und da brauchen wir noch eine verfickte münze und vor allem wenn wir die hammer brüder besiegt haben die ersten können also die blumen holen so jetzt kommen die ersten brüder die müssen wir jetzt beide besiegen alles gut ich bin nach ganz oben ihr schweine ja ja und den es egal ist egal ist egal war doch den anderen noch jetzt ja und ich jetzt ja hier in der oberen reihe okay ich glaube der dann ist es der auch wenn die münze endlich so durch ja auch durch ja ja wie lange sitzen wir jetzt auch schon dran so ja alles gut da ist einer oben dann ist auch einer mittig ja 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 das ist nicht runter jetzt springen und dann laufe ich sofort sagen es ist auch spannend so los jetzt die zweiten das ding ist wir konnten den sieg schon einmal fast greifen jetzt springen wieder rüber ja jeder muss mit wir haben hier auf jeden fall mehr chancen leben zu sammeln als vorhin im welt 7 definitiv mit abstand und das ist ja auch schon augen gegensatz zum pilz ja ja er klappt immer okay und und los jetzt und jetzt und das leben ist halt mega wichtig aber ich bin extrem zuversichtlich auch ich weiß dass das heute noch gelingen wir haben nur noch vier level das schaffen wir jetzt auch wir haben den ganzen gepackt dann packen wir wohl auch noch vier poklige mario level war wirklich vor allem die leichtesten die gemacht wurden dass das noch nie passiert ist heute das finde ich auch krass ja weil auch schon oftmals immer darauf dass es dass ich irgendwann mal ein titsch zu weit drücke und rühe ich laufe jetzt ja ja was von den besten familien vor also bei dir ist ja wirst du nicht gesprungen wäre ich jetzt durch gelaufen ist kein scherz ich wäre jetzt durch laufen ich hatte das ding gedrückt gehalten ich war gerade voll am träumen ich bin gerade voll in so trotz zustand gewesen das hast du auch jetzt gemeistert ja ja da ist man das noch drauf die magie ist zurück 6 uri geller gleich war wie ich auch irgendwo löffel ja ganz locker außer hüfte und 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 ja aber das läuft guter genau das leben im auge aber genau 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 das passt das passt das passt das passt ja ja ich bin jetzt los und los nein wir müssen auf diese kanone drauf wir sind schon so oft dahin gekommen dahin gesprungen ohne dass der cooper trooper gerade in diesem segelflug war also bisher hatte das immer geklappt das war ja mal sie jetzt aber nicht darauf reagiert ich dachte mir sogar kommt dann noch und doch ja 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 dann jetzt ja okay dann jetzt ja okay jetzt und ja und das war das erste mal dass der scheiß lakito das ding jetzt einfach so dahin geschmissen hat ja ja jetzt ich glaube man muss aber auch wirklich auf dem pixel genau so stehen damit er was wirft so ja 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 und warten wir erst machte ihm wieder platten oder so jetzt geht es warum die kanonkugel durch ihn durch warte noch ab den schuss so jetzt ja jetzt aufpassen ja und ja und jetzt ja und durch 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 so und jetzt der zweite ist der sprung genau und wenn jetzt und da auch keine füge zu sehen das ist unglaublich danach war das 3 auf die an ja ja wollte ich auch gerade vorschlagen aber direkt hier dran pause dann haben sogar bei der augen geringe augen sie mit den kanonenschüssen er macht er zwei hintereinander jetzt kommen wir jetzt genau und wirst du dann fast am ende jetzt auf den drauf ja jetzt ist noch ein paar truppe anklagen ja dann über den drüber genau hoch und sehr sehr und so und jetzt so und drüber wenn wir jetzt die hammer brüder bekommen groß ja wenn wir die bekommen ja dann haben wir die feuerblume ja dann haben wir die feuerblume nach und dann haben wir es durch dann spielen wir es durch da war nicht nein nein egal komplett egal was er jetzt weg nein der war unten die chance ist mal wenn einer gerade in der mitte ist dass der andere ist so jetzt 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 ist die chance ja jetzt ist es ja jetzt ja egal bleiben 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 jetzt sofort runter noch nicht sofort runter springen so gespringt sitzen dann laufe ich okay so jetzt und pass auf ja und jetzt und jetzt zu den zweiten hammer brüder paar was passt alles passt das wäre es eigentlich nein egal egal dass dort kommen wir und kann uns denn jetzt weg 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 von ihm weg von ihm ja ich versuche ja weg zu gehen so jetzt jetzt gut ein münzen münzen links als reich wird aber nicht mehr reichen so 1 2 1 jetzt 321 jetzt 321 jetzt 321 jetzt und go ganz so ja ich weiß dann jetzt an die man nach links und ich weiß auch die reihenfolge hier noch ja 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 hier unten ist eine plattform und das ist ja dass ich mich reinfallen genau ich kann auch springen und hier und genau und hier müssen wir rein und pass auf genau ganz entspannt und rüber und warte ja und rüber und hier ist ein versteckter block erst mal unter die drunter denn genau rennt so ja mal versteckter block hier ja und hier müssen wir rein ist ja fies ist echt gemein so denn da kannst du ja wirklich unendlich durch die gegend nein nein ach der gute mario das ist einfach der treue seel der immer noch versucht hat die preacher zu retten zu holen er kann einfach nie aufhören ständig stirbt seinen abgründen und wird von irgendwelchen kreaturen zerfetzt guck mal er als miyamoto sich das 1985 ausgedacht hat wäre da hätte er im leben nicht damit gerechnet dass es auf die art und weise mal gespielt werden würde ja das ist auch voll der krasse gedanke das stimmt generell finde ich es hat den krassen gedanken dass es vorher noch niemand gemacht und ich hätte sich aber auch nicht gedacht dass dieses spiel einen solchen erfolg nach sich zieht also was mario für eine popkulturelle figur einfach ist laut einer umfrage präsenter als mickey baus ja halte ich für absolut glaubwürdig ja und jetzt und jetzt und jetzt der ganze kram in disney was total gemacht das ist ja passiert ja eigentlich nicht mehr auf donat und ikea so ja das stimmt die haben eine sehr untergeordnete rolle irgendwann angenommen halt wirklich nur noch so als dass das aushängig wird ja genau ja und comics ja ja jetzt ich bin so kurz irritiert ja ja und die sache ist halt mario kennt halt jeder auch alle die kein lieben einfach nicht computer spielen oder so kann trotzdem mario auf dem wir stoppen macht den erst kaputt ja weil ich jetzt oder wenn ich bin ja 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 und ich wusste dass das deshalb sage ich auch springen und nach oben okay und ich bin durch ja du willst du jetzt kommt der sprung jetzt gleich aber jetzt erst mal hier ja man kommt der abgrund ja und so ja das ist gut ja das ist immer ja schon schön und jetzt könnt ihr gleich überlegen ob ihr selbstmord macht damit die noch mal die münzen einsammeln das bügt ein risiko das ist es halt wirkt auch ein risiko gucken erst mal ich würde sagen wir machen nicht freiwillig selbstmord oder ja selbstmord ist doch immer freiwillig es sind vorhanden raus also da kann ich jetzt nicht widersprechen wir wollen jetzt noch das leben wollen jetzt das leben wollen jetzt das leben und dann gehen wir noch mal rein rein okay okay du jetzt macht jetzt dein wort in gottes ohren ich mag ja eigentlich das risiko spielen es war einfach nur das risiko jetzt zu sterben und ich freue das leben wir als leben am besten gar nicht so sehr gut okay und auf dem wieder und springer und das war genau okay noch mal jetzt ja und du bist durch da auf der ding wieder positionieren und dann irgendwann ja ja ich frage mich warum wir einmal echt durch die lücke gefallen sind ich weiß auch nicht jetzt kriegen wir neben sehr gut das machen wir jetzt einfach machen wir jetzt einfach immer bis wir die zehn leben erst mal voll gefahren da eigentlich könnte man das wirklich ja aber dann habe ich ab ja dann haben wir irgendwie vier uhr nachts aber dann haben wir eine gute chance das ist so geil auf die null genau hier jetzt das ist ja wieder bei ganz normales so lass den noch einmal schießen dann jetzt ja alles gut alles gut jetzt wieder auf den schwarzen drauf und dann zum am ende jetzt einmal den grünen abwarten den paracouba ja jetzt springen wir mal den drüber jetzt wenn die kanonenkugel und jetzt und jetzt und durch wenn wir jetzt die feuerblume bekommen dann habt ihr den wirklich guten auf ja dann habt ihr gute chancen vor drei leben das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen das kommt jetzt doch mensch das ist doch der blanke ruhen jetzt gerade so jetzt warte bis wir vorbeigehen warte einer ist unten wer ist unten aufgesprung gehen wir weiter ja das gibt es doch nicht egal so springen noch nicht sofort unter das eisen warte nur kurz luft holen so wenn du springst der rausgekommen ist dann lauf ich los jetzt ja sonst rüber ja durchziehen und ja ja vielleicht kommt er komplett runter immer riskant warte ab wieder bis der kugelkrieg vorbei ist warte ab wieder bis der kugelkrieg vorbei ist warte ab wieder bis hochgesprungen ja da ist einer oben da ist einer oben da ist einer oben soll wieder aufpassen ja das scheiße ich bin zu nah dran ich war ein millimeter zu nah dran so ne kacke ach fuck boah jetzt hat er sofort zweimal hintereinander geschossen jetzt hat er sofort zweimal hintereinander geschossen ja soll ich weiter aber beide sind unten ja das ist perfekt das ist die ausgleichungslage die wir wollen aufpassen ich weiß nicht warte das macht er hier öfter ja oh nein weißt du kurz wieder noch nicht dritter springen so jetzt spring eieiei und du kriegst immer wenn man den pilzeinsam mit kurzem boost noch ja ich geh jetzt jetzt du gehst so kommen wir einfach durch von oben jetzt von oben ja und hol dir hol dir nimm dir auch wir nehmen ja den ja egal so lass mich erst nach unten gehen wieder und jetzt und jetzt und jetzt ach schade egal egal ach wir haben echt nur noch eins so wieder auf die letzte stufe erstmal ja und so ich geh jetzt ja jetzt sehen so doof aus ja jetzt ja und genau genau und das ist und einfach drüber das wüsste ich gern und jetzt und jetzt und jetzt jetzt einfach auch versuchen durchzurennen über die feuer über das feuermeer hin durch und dann direkt die röhre die hier einfach runter hier kannst du so gut wie durchgehen genau einfach das nur ein bisschen time mit dem feuer ganz easy easy stuff und wir sind schon am ende und hoch ja noch nicht jetzt müssen wir den perfekten sprung schaffen jetzt kommt ein hammer bruder warte kein anlauf kein anlauf jetzt siehst du ihn erstmal ja und dann pass auf wenn er springt wenn es sich anbietet drunter durch dann müssen wir springen erst auf die röhre jetzt komme ich nicht weiter das stimmt ja jetzt ja und dann renne ich durch ja ja scheiße egal egal da wäre eh das das Ding gekommen das hätte uns eh in der luft erwischt aber dann wäre noch pausa gekommen dann hätten wir es geschafft ach wir sind doch noch groß zwei sekund ich bitte klein vor allem wirklich immer an derselben bekackten stelle vor allem wenn wir mit klein sind passiert das nie dass wir da rein springen so jetzt mal sorry habe ich jetzt gewartet sonst da rein ich dachte halt das ganze Ding über das wir viel mehr miteinander reden müssen wirklich so wie jeden schritt so so und jetzt ich bring mich so und du kennst so aber das gtl ist schon ziemlich eingespielt alles ja das stimmt immer wenn wir sowas sagen passiert immer irgendwas doofes eigentlich ich habe auch fest damit gerechnet dass wir selber in diese goombas rasen so jetzt so jetzt so jetzt glück ab und jetzt 3 2 1 jetzt und jetzt und jetzt und 5 5000 und das ist und das ist ja genau und den kaputt machen ja oder so ja drauf und springen und oben drüber durch wieder bis zum hier um genau lassen laufen Und ich laufe jetzt. Ich spring doch. Jetzt hat der so nicht gesprungen. Der ist komisch auch gesprungen. Die Frage ist übrigens, wenn ihr sowieso diesen Lauf nicht nochmal machen wollt. Wenn ihr jetzt nicht selbst mit den Mützen nochmal zu holen, könnt ihr euch das eigentlich auch sparen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. So, jetzt. Ihr kommt nicht mehr an die Münzen ran. So, jetzt stehen wir wieder. So. Parakuba. Und drüber. Und Kanonenkugel. Sehr gut. Jetzt. Und jetzt. Hätte uns die Kanonenkugel getroffen, hätte man halt auch echt nochmal in den Tod rennen können. Aber das Ding ist halt groß zu sein. Und dann eine Feuerblume zu haben. Und die vielleicht bis zum Ende wieder zu halten. Erstmal die scheiß Feuerblume kriegen. Okay. Jetzt erstmal nicht den Fehler mehr hier machen. Jetzt warte. Das wäre A gewesen jetzt. Genau. Genau. Okay. Ganz vorsichtig. Ja. Nutzt die Chance. Ja. 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 Äh. Es gehört. Es gehört. Nein. So. Warte. Ganz ruhig. Genau. Und wir springen da einfach auf. Genau. So. Und jetzt. Mal ein einzelne Probleme hier runter. Und rüber. Nein. 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 So. Genau. Warte. Spring. ist gut jetzt warten wir bis die nach unten kommen einfach wenn sie damit dass das noch eine jetzt da oben drauf ja ja ganz drüber jetzt nein und jetzt sie sind so recht ja das fühlt sich auch gerade einfach so unfassbar befriedigend das passt nicht mehr ich gehe auf den unter und jetzt und jetzt und jetzt alles abballen alles aber lang einfach zeit lassen Einfach ein bisschen chillen. Ja okay, die flippt nicht. Wir haben es wenigstens verdient. Warte, wir lassen nochmal zurückkommen. Jetzt. Und jetzt. Er verschwindet einfach. Jetzt kommen die Käfer, die können wir nicht schießen. Aber da gehen wir jetzt wieder hier runter. Genau, einfach drüber. Und zwar jetzt. So, den Schieß ab. Oh, hier ist es gut, die Käfer wegzuhauen. Und drüber. Schieß weg, genau. Ganz entspannt. Mega entspannt. Warte, warte. Jetzt kommt die heikle Situation, wenn ihr die übersteht. Einfach schnell. Soll ich jetzt einfach laufen? Ja, rennen. Um dein Leben. Jetzt, jetzt. Ja, ja, ja. So, jetzt können wir wieder unten lang laufen, ne? Ja, genau. Ganz entspannt mit den Flammen, ne? Ja. Nein! Warum? Fuck, Alter. Egal. Wir sind kurz vor Schluss. Jetzt würdest du mal einen guten Sprung erwischen, ne? Ja. So, warte. Ja. Ja. Und jetzt, pass auf, Frau Poser. Drunter durch. Drunter durch. Drunter durch. Ja! Ja! Gut gemacht. Dankeschön. Also, ich würde sagen, das ist nicht in another castle. Your quest is over. We present you a new quest. Push button B to select the world. Oh mein Gott. Oh, ist das krass, ist das krass, ist das krass. Ich habe es geschafft. Alter, ist das krass. Wir haben es geschafft. Irgendwie. Split Joycon. Fabian, vielen, vielen Dank, dass du das mit mir durchgezogen hast. Es war mir eine Ehre. Ich war auch dabei. Dass du das mit uns durchgezogen hast. Jörn, ohne dich hätten wir es auf keinen Fall geschafft. Ohne Witz, ohne Witz. Also, Motivation ohne Ende. Einfach mit einem mentalen Standpunkt her hast du es wirklich. Deine Stärke war in uns. Deine Stärke war in uns. Und du warst in uns. Außerdem habe ich viele philosophische Fragen Mario betreffend aufgebracht. Ja. Das war die größte Gaming Challenge in meinem Videospielleben. Was sollte jetzt noch kommen? Vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe zu danken. Vielleicht könnt ihr jetzt noch Lost Levels auf die gleiche Art und Weise spielen. Du warst echt den Arsch offen, Alter. Wir haben es gerade geschafft. So, irgendwann ist es auch mal gut, ne? So, weißt du... Irgendwann ist es wirklich mal vorbei. Ja. Ich hätte es selber wachen, ey. Ich hätte es echt selber wachen. Also ehrlich, ich geh jetzt ein Bierchen trinken. Ist auch eins. Ja. Ga Nich. Oh, das ging dir zusammen. Höh, höh, höh.